Moin Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir und heute spiele ich mal eine Runde Brawl Stars und ich habe gute Nachrichten, nämlich die Megaboxen in Brawl Stars sind wieder zurück. Ich habe gestern Abend davon erfahren von einem Freund, weil ich selbst bin ja nicht mehr so oft Brawl Stars. Mache ich als erstes mal hier kurz die Musik aus, aber hier, wie ihr sehen könnt, die Brawl Boxen sind wieder zurück, also nicht die Brawl Boxen, sondern die Megaboxen, Entschuldigung, Megaboxen sind wieder zurück. Die nächste Box kann ich in 18 Stunden, in 18 Tagen, steht jetzt hier, abholen. Achso, das ist wahrscheinlich ein Event, ein Klassik Event Active 4. Okay, das ist nur ein Event. Jedenfalls, ja, die Megaboxen sind wieder da und die kann man auch so ähnlich hier wie diese Belohnungen dann kriegen. Ja, und das wollte ich euch in diesem Video mal kurz sagen. Und jetzt, wo ich gerade schon in Brawl Stars drin bin, spiele ich noch mal ein paar Runden. Duo Showdown mit meinen besten Brawlern, die ich habe. Und was gibt es noch Neues im Shop? Der Brawl Pass war ja jetzt im Angebot für 3,49 Euro, aber nicht auf einem Account hier, sondern auf einem anderen Account. Weiß nicht, ist er noch im Angebot? Ne, jetzt leider nicht mehr. Gestern war es noch so. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gut, dass Brawl Stars, also dass Supercell jetzt in Brawl Stars die Megaboxen wieder zurückgebracht hat. Das finde ich wirklich sehr gut, weil ich kann mich noch daran erinnern, als ich 2,49 Euro zählen, ähm, Brawl Stars gespielt habe. Da gab es ja auch noch Megaboxen und Brawl Boxen und jetzt wird es Brawl Stars wieder ein bisschen so zum Alten vor, das war's. Und ich finde das ganz gut, ja. Also, da kann ich so viel, oh scheiße, da kann ich so viel jetzt dazu sagen, Ja, und der Teamkollege macht das auch gut, der geht jetzt nicht so gut, der geht jetzt nicht so gut. Und das Börse geht weiter. Es ist Showdown. Ja, mach das so, versteck dich lieber da unten. Ich habe jetzt nicht nur noch einen Powercube, oh, oh, ich habe es auch. Jawohl, der erste ist weg. Hier ist der nächste. Jawohl, super. Mein Teamkollege hat es noch geschafft. ja ich kann hier so viele baller updaten aber ich habe dann keine münzen mehr deswegen ich macht es nur ich aktualisiere nur die brawler mit denen ich spiele aber Muy caliente. Ich bin sehr warm. Let's party! Go, 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 go! So, let's party. We have to fight it. The other one has to fight it. The enemy is more powerful than the enemy. I think we can fight it. ja den habe ich gar nicht gesehen obwohl man es ziemlich langsam ist das hört da ist niemand da hoch gehe ich jetzt die nicht dass ich hier noch meine ganze aber meine situation gerettet weil der hatte zwölf Powercubes ich nur acht und alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei diesmal mal mit einem Nahkampfballer nämlich mit Kit mit 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 FISICAL! Sorry, got caught up in the moment Um, I got caught up in the moment Yeah, okay, got caught up in the moment We can also run the ball We can just run the ball We can just run the ball We can just run the ball Don't start believing Don't start believing Is this fun? Oh, no, no, no Oh, can I smell tuna? Oh, can I smell tuna? Oh, can I smell tuna? Then try it again With amber Yeah, burn! Wow, so much heat! And the burning continues Continue Theology rocks! And I'm avoiding it Oh, no, no, no Oh, no, no, no Oh, no, 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 no Er hat ja ne große Reichweite hier Natürlich, das ist jetzt so einer, der mir die ganze Zeit hinterher rennt Ohne... Ohne Wenn und Aber, ne Mein Kollege ist auch weiter oben Ohne 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 Das war's Das war's Aber Zweiter immerhin I'm still on fire over here und 2000 jetzt kann ich aber viele belohnen super neuer skin und 200 münzen super ok leute und das soll es dann an dieser stelle auch mit dem video gewesen sein wenn es euch gefallen hat dann lasst gerne einen daumen nach oben da und vergesst nicht meinen kanal und meinen hauptkanal zu abonnieren um keine weiteren videos mehr zu verpassen ich wünsche euch einen schönen tag bis zum nächsten mal ciao leute